Hollerö Leute, es ist nunmehr über ein Jahr her, dass hier ein Video kam. Das hatte seine Gründe, allerdings will ich auf die hier jetzt nicht weiter eingehen. Der Titel sagt es schon, der Kanal hier wird auf Eis gelegt, Leute. Allerdings werde ich nicht komplett von YouTube etc. verschwinden. Auf Twitch bin ich weiterhin mehrmals die Woche am Stream tatsächlich. Und auch auf YouTube wird tatsächlich wieder was kommen. Doch nicht hier, sondern auf einem neuen Kanal. Dieser Kanal hier hat einen wirklich großen Platz in meinem Herzen. Das hier war der erste wirkliche Kanal, den ich mal aktiv betrieben habe. Tatsächlich. In den fast 1500 Videos über die 5 Jahre verteilt, sieht man einen großen Teil meiner Entwicklung tatsächlich. Und diese 5 Jahre waren ein Buch. Allerdings ist dieses Buch jetzt zu Ende gelesen. Und es wird Zeit, ein neues aufzuschlagen. Das ist der Grund, warum dieser Kanal hier nicht für meine neuen Planungen genutzt wird. Es ist Zeit für was Neues. So. Alle Videos, die auf dem jetzigen Kanal hier noch vorhanden sind, die bleiben natürlich auch erhalten. Denn das Buch wird ja nur zugeschlagen und ins Regal gestellt. Und wenn immer man Lust hat, kann man es in der Theorie erneut lesen. Ich danke auf jeden Fall euch Zuschauern. Und vor allem danke ich diesem Kanal hier. Das mag vielleicht ein bisschen komisch klingen, dass man dem Kanal Danke sagt. Allerdings ist das für mich hier nicht nur irgendeine E-Mail-Adresse, sondern so weitaus. Wesentlich mehr. Aber gut, kommen wir nun zu meinem neuen Plan, Leute. Der neue YouTube-Kanal ist bereits erstellt. Der heißt Doki, wie zu erwarten tatsächlich. Link ist auch unten in der Videobeschreibung tatsächlich. Schaut gerne rauf, abonniert. Da ich mich ja jetzt seit Ewigkeiten mehr auf Streams fokussiert habe und mich auch mehr auf Streams fokussiere, werden dort eine Art Stream-Highlights hochgeladen. Allerdings halt nicht in dem Stil, dass nur so witzige und krasse Stellen oder so in den Videos vorkommen, sondern im Endeffekt normal so projektweise als Gameplay, so fast wie ein Let's Play. Warum ich deswegen einen neuen Channel mache, fragen sich jetzt bestimmt Leute. Ich weiß nicht, es ist immer noch ein neuer Abschnitt tatsächlich. Und ich weiß, das klingt vielleicht nicht logisch, aber meine Logik muss man da nicht unbedingt verstehen. Aber ein neuer Abschnitt bedeutet in dem Sinne dann auch für mich ein neuer Kanal, weil der alte immer anders geplant war. Es ist schwer zu erklären. Es kommen also Stream-Highlight-Projekte in dem Sinne. Angefangen mit Projekten, die ich tatsächlich im Februar 2019 gespielt habe auf Twitch, wie zum Beispiel The Room. Außerdem will ich Pokémon-Challenges hochladen. Da aber, wie gesagt, Twitch im Fokus liegt, definitiv, und immer Priorität hat, habe ich nicht vor, regelmäßig Videos auf dem Kanal zu bringen. Stream-Highlights kommen halt immer dann, wenn ich ein Projekt, was ich im Stream gezockt habe, komplett fertig geschnitten habe. Und nicht irgendwie, dass ich ein Projekt zur Hälfte habe, das dann hochlade und dann halt Ewigkeiten, dass immer nichts mehr von dem Projekt kommt. Das finde ich kacke. Pokémon-Challenges kommen auch noch seltener, schätze ich mal. Je nachdem, wie ich das im Endeffekt umsetze. Aber die brauchen halt, sind wesentlich zeitaufwendiger. Und daher kann ich da irgendwie nicht jede Woche oder sowas hochladen. Aber ja, das war's soweit. Ich bedanke mich nochmal für die tolle Zeit auf dem Kanal hier. Und ich hoffe, dass wir uns auf dem neuen Channel dann wiedersehen werden. Bis dahin, abonniert den neuen Channel, Leute. Folgt mir gerne auf Twitch und Twitter. Ich wünsche euch noch einen wundervollen, entspannten Abend oder Tag. Je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und wir sehen uns bei das nächste Stream oder das nächste Video auf dem neuen Kanal wieder. Haut rein, Leute.